Hallo Klaus, schön, dass du dir nochmal Zeit nehmen kannst. Ich habe mir auch ein gescheites Mikrofon jetzt zugelegt. So ein Snowball habe ich mir geleistet. Du, das hört man sofort und du bist viel besser zu hören wie gestern. Also echt super toll. Danke. Das freut mich. Also bin ich schon jetzt halbwegs gerüstet für Radiosendungen. Ja Thomas, dann würde ich doch jetzt mal sagen, starte doch mal das Okitok Mumble Programm, den Redesurfer. Okay. Das ist da unten das graue Icon. So, und jetzt bist du schon drin. Ja, gestern waren wir ja schon da, wie macht man einen Raum auf. Und jetzt siehst du zum Beispiel, jetzt bist du schon registriert. Und oben siehst du ja Thomas, da heißt du ja Tiger Ray. Und am Bildschirmrand, da ist ein Symbol, das heißt, du bist registriert. Aber die Leute, die nicht registriert sind, wenn du mal Freunde oder so zu dir hier auf dem Surfer holst. Authentifizierst steht da, ne? Authentifiziert. Genau. Registrieren und Authentifizieren ist dasselbe. Genau, das ist das Richtige, Thomas. Ah, okay. Aber du siehst jetzt direkt unter deinem Namen steht Okitok Empfang. Und für die Leute, die ganz neu sind, die klicken einfach einen Doppelklick da drauf. Kannst du aufmachen, den Raum. Da kommst du jetzt nicht rein, weil du schon registriert bist. Aber die Leute, die noch nicht registriert sind. Die kriegen da Doppelklick. Genau. Die Rechte verweigern. Da bin ich drin, genau. Genau, weil du schon registriert halt bist. Und dann ein bisschen Geduld haben, sage ich immer. Aber die neuen Gäste sollen sich selbstständig möglichst da reinklicken. Ja, ich habe ein bisschen da in diese Avatar und so herumgetan. Schau, da habe ich so ein Bild dahinter gekriegt. Genau, da kommen wir gleich zu. Ich zeige dir das auch nochmal, wie das alles funktioniert. So, jetzt haben wir den Empfang eigentlich schon selbst da gesehen. Jetzt machen wir das Studio 1 auf. Darfst du mal, da siehst du es genau, den Pfeil klicken und unten vor Sprechen auch noch. Okay. So, super. Ne? So, und jetzt komme ich mal mit meinem Rechner zu dir. Warte mal. Ich gehe jetzt mal einfach in den Nachttalk rein. Im Studio 1. Da kannst du jetzt auch einen Doppelklick mal machen. Auf Nachttalk, Thomas. So, super. Ah, da rufst du gleich rüber, Thomas. Einfach nur einen Doppelklick machen mit der linken Maustaste und so hast du den Raum schon mal gewechselt. Schau her, jetzt öffne ich mein Mikrofon und der Mund verfärbt sich. Test, test, test. Ah. Und du kannst deine alte Taste drücken. Genau. Ne? Und so können wir schon mal reden. Thomas, aber wir wollen auch mal den Menschen, auch dir, jetzt möchte ich gerne zeigen, wie man einen anschreibt. Wenn du jetzt einen Doppelklick auf meinen Namen machst, das ist ja Adem Klaus Glatzel, dann öffnet sich ein Fenster. Mhm. Hm. Und in diesem Fenster, da siehst du dann schon oben, sende Nachrichten, sagen Klaus Glatzel. Ne? Und genau. Ich schreibe dir dann auch mal eine kurze Nachricht. Ich schreibe dir ein Huhu. Ja? Okay. Damit das mal gesehen wird. Und auf der linken Seite steht Huhu. Ah. Ne? Und wenn man eine Leerzeiche macht, dann kommt auch so ein Kasten drum und dann kann man auch die Nachrichten schneller sehen. Einfach neue Zeile machen. Dann kommt da so ein Kästchen drumherum. So wie bei mir. Dann ist das schneller sichtlich. Verstanden? Ja, genau. Hast du gut gemacht. Perfekt, Thomas. Okay. So, jetzt wollen wir alle mal anschreiben. Jetzt liegst du doch mal bitte auf Studio 1. Rechte Maustaste. Nachricht senden. Ja, Nachricht senden. Okay. Und jetzt siehst du das Kästchen, sende rekursiv an Unterkanäle. Das ist so ein Kästchen. Siehst du das? Ja. Hier. Genau. Und wenn du jetzt da ein Hallo schreibst, dann sehen die Leute das im kompletten Studio Nr. 1. Ne? Auch im Nachtdruck. Genau. Das ist eine öffentliche Information. Ist das. Also, Thomas. Aber innerhalb von Mumble, nicht. Innerhalb von Mumble, genau. Innerhalb von diesem Studio jetzt, ne? Ja, genau. Genau. So, jetzt siehst du, der Cursor ist ja momentan oben sichtbar auf Studio 1. Blau gekennzeichnet. Sieht man ja im Studio 1. Jetzt siehst du links mein Name, ADM Klaus Glatzl. Drück du mal drauf und achte, wo der Cursor hingeht, wenn du auf den Namen Klaus Glatzl drückst. Und da ist er schon gewandert. So kann man auch, wenn man Freunde sieht, ja, oder Leute sieht, die interessiert sind, also wo du gerne Kontakt aufnehmen möchtest, siehst du sofort, in welchen Räumlichkeiten sie sind. Okay. Weil der Baum ist ja auch manchmal zu und so geht der Cursor immer dahin, wo dann du den User anklickst. Siehst du? Aha, okay. Das ist ein kleiner Tipp, um schneller an seine Leute zu kommen. So, jetzt möchte ich dir noch was zeigen. Mach mal das Skype-Bild da oben rechts weg. Oh. Das machst du mal weg. So, und jetzt geh mal auf meinen Namen und rechte Maustaste. So, es gibt nämlich auch Freund hinzufügen. Und wenn du jetzt auf Freund hinzufügen gehst, schau mal am Bildschirm rein, da kommt jetzt ein Herzchen. Ah. Das sind dann deine Freunde. Das siehst aber nur du. Nicht die anderen Menschen sehen das. Das ist für dich eine Hilfe. Wenn der Surfer nämlich voll ist, da sind ja viele, viele Menschen. Und wenn man dann ein Herzchen hat, dann sieht man sofort, ah, da sind ja meine Freunde. Ja, und so kannst du auch den Freund wieder entfernen. Ganz einfach rechte Maustaste wieder und den Freund entfernen. Okay. Okay. Dann lassen wir halt. Genau. Du hast bei mir auch ein Herzchen. So. Ja, was ist noch wichtig? So. Ja, wir gehen jetzt mal auf den Kanal temporären Talkraum. Schau mal. Wenn du runterschaust, das ist der vierte von unten. Doppelklick. Mach mal einen Doppelklick drauf, Thomas. So. Jetzt kannst du einen eigenen Themenraum erstellen. Jetzt geh mal rechte Maustaste auf temporären Talkraum und da steht hinzufügen. So. Jetzt geht ein Fenster auf und jetzt kannst du die Überschrift deines Raumes nennen. Zum Beispiel der Testraum oder kannst du auch einen Sonnenraum nehmen, Elefantenraum, was du möchtest. Das ist für Community Skills interessant. Während der Live-Sendungen, da können dann die Leute passive Werbung machen. Manchmal sind die Themen verwandt. Da kannst du einen Text machen, ein Bild machen. Alles kann man da einfügen. Das ist wieder ein Avatar, wo wir gleich nochmal auch hinkommen werden. So. Siehst du? Und jetzt hast du schon deinen Raum gewechselt. So. Und ich komme mal zu dir mit in den Raum rein. Warte. Ich sehe dich ja. Mit einem Doppelklick gehe ich jetzt zu dir. So. Da bin ich schon. Ja. Und der Letzte, der aus diesem Raum rausgeht, dann wird dieser Raum gelöscht. Solltest du eines Tages mit deinen Freunden Community-mäßig was Aktives machen und möchtest ungestört sein, dann kannst du bei uns anfragen. Wenn du runterschaust, steht da das Team-Netzwerk. Dort können wir dir dann abgesperrte Räume auch zur Verfügung stellen. Das ist ja spannend, dass da alles geht. Ja, okay. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Man kann da viel, viel mitmachen. Ja. Das war eigentlich jetzt erstmal das Gröbste und das Wichtigste. So. Wir wollen jetzt aber auch mal sehen, was bedeutet denn da oben alles, da stehen ja solche Buttons. Surfer selbst. Geh da mal drauf auf Surfer. Ja, und die ich mich selber eingerichtet habe. Das möchte ich gerne auch vielleicht zeigen. Das war da, glaube ich. Ja, genau. Da habe ich da einen Link von mir reingestellt. Das ist dein Profil. Genau. Und dann das Bild dazu getan. Genau. Da kannst du ein Bild einfügen bis 120 KB. Wie gesagt, man sollte ein bisschen auf die Größe achten. 300 mal 300 Pixel, so sagen wir. Größer wollen wir das nicht haben, weil sonst sind die Bildschirme alle zu. Und man sieht nur Bilder statt Torgräume. Das wollen wir ja auch nicht. Also das war nochmal das Bild. Ja. Gehen wir doch mal oben die Buttons da ganz oben durch. Da steht Surfer. Geh mal auf Surfer. Genau. Da steht einmal Surfer verbinden und trennen. Das heißt, damit kann ich mich verbinden, aber du bist ja schon verbunden oder trennen. Der Rest und Mumble beenden, das ist eigentlich nicht wirklich wichtig für euch. Da kann ich auch beenden. Ja, genau. Jetzt gehen wir auf die Kugel da drunter. Die blaue Kugel. Ja. So, da siehst du als erstes erstmal den Okitok-Surfer. Diese Mumble-Software kommt ja von den Echtzeit-Gamern. Spiele-Software. Haben wir aber nichts damit zu tun. Jetzt geh doch mal auf Internet öffentlich. Einfach auf die Kugel davor. Nein, er öffnet das nicht. Bei mir ist das anders. Ich werde dir da gerne nur einen Ausflug gegeben, damit du siehst, dass es auch andere Menschen gibt. Aber überwiegend sind das Gamer für die Echtzeit-Spieler. Ja. Gut, das kannst du wieder wegklicken. Und dann gehen wir auf die Information, das ist der Surfer von uns, wie wir senden, Sprachkanal. Das sind einfach technische Dinge, die kaum jemand interessiert, glaube ich. Und der nächste Punkt ist ein Mikrofon-Symbol. Und wenn du da draufklickst, siehst du schon hinter deinem Namen, wieder am Bildschirmrand, da verändert sich das Symbol. Du bist auf Bush2Talk eingestellt. Deswegen musst du die Taste nehmen. Und das ist auch besser so wie Sprachaktivierung. Denn die Leute, wenn sie mal Besuch bekommen oder ein Telefonat bekommen und sie sind auf Sprachaktivierung und vergessen, den Mikrofon zu schließen, dann kriegen die Leute das mit. Und das wollen wir nicht. Wir wollen da schon eine Sicherheit haben. Und die Sicherheit ist da ziemlich 100%. Du musst die Taste drücken und wenn du sie loslässt, ist dann auch der Ton weg. Ja. So hat man eine gute Kontrolle über sich. Taubstumm hast du dich jetzt gestellt. Und das kannst du wieder entstummen, alles. Drück mal wieder drauf. Wir gehen direkt weiter zum Aufnahmegerät. Schau mal. Das Aufnahmegerät, drück mal drauf. Jetzt geht ein Fenster auf. Und da steht jetzt momentan WWF, das sind das Ausgabeformat. Das empfehle ich immer auf OGG zu stellen. Für den Talk reicht das vollkommen aus. Weil eine WAF-Datei braucht enorm viel Speicherplatz. Für eine Stunde über ein Gigabyte. Was dann gerade mal eine Stunde 30, 40 MB bedeutet für OGG. Okay. Deswegen empfehle ich immer den Leuten aber Aufnahmen. Wie gesagt, darfst du nur dann tun, wenn du deine eigene Sendung machst. Oder deinen eigenen Raum erstellst. Wie gerade im temporären Talkraum. Und dann schreibst du dahinter, Aufnahme bitte nicht stören. Okay. Dafür ist das gedacht, du kannst Hörbücher machen, eigene Texte vorbereiten, was auch immer. Und der Vorteil daran ist, du hast kein Rauschen bei OK Talk. Weil wir keine kontinuierliche Verbindung haben. Bei Skype oder sonstiges, wenn man nicht redet, hört man ein Rauschen. Das, was da oben steht, gemischt lässt du einfach so stehen. Und wenn du auf Durchsuchen gehst, dann wirst du dann die Aufnahme zu deinem Zielverzeichnis hinführen. Das kann ich da einfragen. Genau. Auf Durchsuchen würde ich an deiner Stelle irgendwo, wo du an deinem Computer ein gutes Plätzle hast, würde ich einen Ordner machen, zum Beispiel mit OK Talk Aufnahme. Okay. Und dann wird er... Ich habe da so einen super Ordner, der heißt Delete, da kommt da alles rein. Ja, und somit hast du schon dein Zielverzeichnis zumindest gefunden. Und darunter steht dann der Dateiname. Wenn wir bei OK Talk sind und du machst eine Aufnahme für OK Talk, dann kommt das englische Datum da rein. So wie wir bei uns unter der Rubrik Sendungen Archiv die Sendungen sichtbar haben. So wird bei uns zumindest die Sendung bezeichnet. 2019 minus der Monat Dezember 12 minus 24 unterstrich deine unterstrich Sendung zum Beispiel. Das ist halt so ein Vorschlag, das könnte man natürlich individuell machen. Ja, wenn du das für dich intern machst, ist das wurscht. Aber trotzdem solltest du dein Audioband bezeichnen, weil sonst verlierst du schnell den Überblick, was du dann da aufzeichnest, wenn es mehrere Bänder sind. Okay. Ja, dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann haben wir den Avatar, den du ja schon gemacht hast. Den kannst du draufklicken, da siehst du das. Ja, und das sind die Mumble-Konfigurationen, solltest du mal nicht reden können, Thomas. Immer, das ist der wichtigste Button für dich. Ja, du kommst immer in die Audio-Eingabe rein. Und oben rechts als allererstes ist dein Mikrofon. Und die Übertragung Push-to-Talk. Und die Push-to-Talk-Taste hängt zusammen mit dem Tastenkürzel. Wir haben das im anderen bereits gehabt. In dem anderen Video haben wir das genau durchgegangen. Genau, sind wir komplett durchgegangen. Genau. So. Ja, aber wenn man eine Taste sehen möchte, du siehst ja, da oben ist dein Mikrofon und es steht da drunter Push-to-Talk. Ja, das ist der Blue Snowball, steht da. Cool. Ja, und wenn du jetzt auf Push-to-Talk schaust, Thomas, ja, und jetzt sollte deine Taste mal kaputt sein, weil du zu viel geredet hast, ja, dann schau mal links rüber, da steht Tastenkürzel. Und da steht ja jetzt die Alt-Taste drin, ne, und die kann man dann einfach wechseln, indem du einfach auf Alt klickst und wieder eine neue Taste dir aussuchst. Ne, aber das lassen wir jetzt so stehen. Okay. Ne, so, damit haben wir die wichtigsten Sachen schon gesagt. Dann habe ich mal anwenden gedrückt. Hat er sich das gemerkt jetzt? Ja, hat er sich trotzdem gemerkt? Ich habe gar nicht anwenden können. Ja, super, 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 super. Ne, und du kannst ja nochmal alle Studios aufmachen und zumachen, damit du auch ein bisschen Sicherheit bekommst. Studio 2 ist ja zu, mach mal ruhig auf. Genau, und du kannst auch in den Nacht-Talk-Raum reinklicken dann, nur ein Doppelklick drauf. Schups. Ne, oder Studio 3 gehen wir in den Zuhörerraum rein. Damit man das sieht, zuhören. Erst geht man ja in den Zuhörerraum rein und wenn man mitreden möchte, in den Warteraum, Doppelklick. Ah, okay. Und so kann man seine Sicherheit bekommen. Und ich finde, das... Und Sprechen, das macht dann der Moderator. Genau, wenn du jetzt im Warteraum bist, stehst du ja vor der Tür und klopfst an. Erst wenn du in den Sprechen reingezogen wirst, funktioniert deine Taste auch. Dann kannst du mitreden. Dann begrüßt man dich mit Namen. Ja, und das sind Freiräume, Nacht-Talk und Art-Raum. Genau, die sind für jeden zugänglich. Und jeder kann in den Raum, in dem temporären Talk-Raum, auch seinen eigenen Raum machen. Ja, kann jeder tun. Wenn ich jetzt da rausgehe, aus diesem Raum, dann siehst du gleich, bleib mal ruhig so drin, dann siehst du gleich, wie der Raum dann auch gelöscht ist. Ich komme jetzt mal zu... Ich gehe jetzt aus dem Raum raus. Jetzt bist du ja bei mir, Thomas. Geh mal raus aus dem Raum. Geh einfach in den Talk-Raum rein oder sonst wo rein. Geh da mal in eine Übersicht. Ja. So. Warterraum für registrierte, unregistrierte, registrierte. So, jetzt bist du rausgegangen. Und jetzt schau mal, jetzt komme ich und gehe in den Nacht-Talk-Raum, in Studio 1 und schaue unten mal, jetzt wird der Raum automatisch gelöscht. So, jetzt bin ich oben und du bist im Warterraum. Ah, okay. Und weg ist er. Ja, und weg ist er. Genau. Jetzt können wir wieder reden. Okay. Ja. Mal lesen und klicken, Thomas. Das ist wichtig. Es steht ja eigentlich alles eindeutig da. Wenn man weiß, wo der Chat ist, linke Seite, rechts sind die Räume, wo man redet. Ja. Rechts darf man nur mit der linken Maustaste klicken, doppelklicken und du wechselst, wenn du ein registriertes Mitglied bist. Wenn du irgendwo unregistriert bist, wirst du auf der linken Seite, wurde ihn verweigert, angezeigt. Das heißt, ein unregistriertes Mitglied kommt nur in den Zuhörräumen rein von Studio 1 bis 4 und im Studio 1 ist der einzige Raum, wo ein Unregistrierter mitreden kann, indem man Doppelklick macht, genau wie du das jetzt gemacht hast. Da kann er mitreden. Ansonsten, er kann nicht schreiben, kann gar nichts. Deswegen sage ich immer, bitte lesen. Oben steht Okidok Empfang und dann sollen die Leute, die mehr wollen, sich selbstständig in die Registrierung 1 oder 2 reinklicken. Na, vielen Dank nochmal für die wunderbare Einführung, Klaus. Ich freue mich. Alles Gute. Ich liebe dir. Schöne Weihnachtszeit noch. Bis dann. Tschüss. Schließen.